Direkt von vorn! Lol, ich dachte... Eure Verbündeten Puh, ich dachte grad... Das war ein Marschall Grandios! Das kam gerade recht! Guck mal, wie die hast du überleben, ne? Die Zwoini sind im Onmarsch! Direkt von vorne! Eure Verbündeten Eine Nachricht vom Marschall Auf keinen Fall! Tut mir leid, Junge! Ja, ich hab's verstanden Verdammt, irgendwas mach ich falsch! Ich hab wieder 4.000 Gold Finde den Fehler Scheiß Durch Häuser bauen, oder nicht? Es werden Waffen benötigt, Sire Wir stehen zu Diensten Lol, was ist mit den Neuzellern? Was? Was wünscht ihr? Das kann doch nicht schon wieder voll sein! Ich werd's eigentlich nur verlieren, weil das Vorratslager alle 5 Sekunden voll ist Die Holzvorräte sind zu knapp, Sire Ja Gehört dich troll ein bisschen Nein, du trollst mich jetzt nicht! Du Arschgesicht! Was hast du gemacht? Der hat direkt Holzfäller von meiner Haft zu baut Aber leider durch Weil die Mauern so scheiße gesetzt hat Wir werden überfallen! Wo werden wir denn überfallen? Weil meine Holzfäller so weit vorne sind werden wir gedauerhaft überfallen Oh Der macht ja auch nicht Der macht ja auch nicht Der macht ja auch nicht Das findet sich auf dem Weg Oh geil Wie faule! Hä? Hä? So, ich hab meinen eigenen Holzwälder, riecht ein bisschen angebrannt, aber sonst. Alter, was fackelt denn hier die ganze Zeit, dieses Entflammungsgeräusch? Geht mir grad ein bisschen auf den Sack. Und der macht mich nervös, sagen wir so. Ja, ich hab's verstanden. Ein bisschen leiser. Ja. Ja, wenn du nichts sagst. Okay. Also, wir müssen etwas leiser reden. Juhu. Ist halt ein bisschen später. Oh Mann, es hat einen Schritt gegangen. Und wenn er nichts sagt... Oh mein Dack, ich hab's mal wieder... Was haben wir noch am Billigen geguckt? Geh weg, wenn du mir jetzt noch mehr Sachen vor die Haus gesatzt wirst, dann reiß ich dir die Eier ab. Eine Nachricht vom Schwein. Ihr kämpft nicht richtig! Strengt euch mehr an! Dieses Schwein ist ja irgendwie ein bisschen beängstigend. War's das Schwarze oder das Andere? Das Schwarze in seinen Dialogen. Das grunzt ein bisschen pädophil, wenn ich das mal so nennen kann. Wir hätten da jetzt Truppen hingestellt. Willst du mir eigentlich auf die Eier gehen? Ne, das Schwein. Es mangelt mir etwas an den Grundlagen, Junge. Hättest du etwas für mich? Der Marschall fragt dauernd nach den Grundlagen. Ihr seid der drittgrößte Herr Schatten. Greift der an, Mama? Nee, der tut nur so. Hab denn schon das Holz gesendet? Ich auch. Ich auch. Ich mach was falsch! Sag mir mal bitte, wie man jetzt die Dingensmaug höher setzt. Was? Wir sind bereit! Die maximale Reichweite. Irgendwas mit Bewohnern killen. Wir sind bereit! Nee, nicht Bewohner. Irgendwas auflösen, oder was? Vorwärts Männer! Nee, einfach ein paar NPC-Gegner killen. Jeder Spieler kann so zuviel Truppen setzen. Und die Welt immer dezimiert durch die Kartengröße. Ach so. Ja, das ist schlecht. Sieht cool aus, wenn die berittenen Bogenschützen alle im Takt schießen. Ja, ne? Wollt ihr mich verarschen? Als ob so von einer kleinen Pechstelle doch nicht angst. Wir sind bereit! Es ist so scheiße, ne? Ganz ehrlich. Klaff doch so lange! Dann guck! Ich hab' viel von zwei Seiten angegriffen! Ja, das ist ein bisschen scheiße. Ja, ich hab' mich gar nicht erst so lange gehalten, also. Ja, ich hab' mich gar nicht erst so lange gehalten, also. natürlich nur so viel möglich. Ich mache Hackfleisch aus euch. Hackfleisch. Und wieder mobsen alle Größe ist doch langweilig hier. Ja, ist es auch. Wir sind bereit. Jetzt hätte ich schon ein paar hundert mehr Truppen hier stehen. Es werden Waffen benötigt, Zaya. Eure Lordschaft. Und los! Könntest du das mal mit dem Katapult lassen? Genau, ordnlos machen wir ein paar Katapulte. So 20 Stück reichen. Pick dich. Dazu brauche ich was? Baumeister. Ist das euer Ernst? Ja, jetzt ohne Scheiß. Wir können dann einfach die Mauern an ein paar Stellen durchschlagen, weil nicht überall Waffe ist. Dadurch kommen wir da auch durch. Baumeister habe ich. Und was brauche ich noch? Nur Baumeister. Nimm ich dann und dann kannst du unten da auswählen, dass du ein Katapult. Ich opfer jetzt mal meine arabischen Bogenschütze. Weil das jetzt nur noch mal ein bisschen Geld zusammenkommt. Ähm... Wie können wir helfen? Hä? Ah. Was? Hä? 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 Konstruieren Belagerungsgeräte. Da. Okay. Euer Gnaden? der schwein an damit er noch ein bisschen geld zusammen habe ich irgendwelche verbindete eigentlich noch nicht schnell gefehlt werde ich schwere ich kann das noch gar nicht dass man dort katapulte bauen kann und ihre belagerungsgeräte was wünscht ihr kann ich alles wissen konstruieren wir wollen uns mit angreifen jetzt die ganzen truppen nur schütten wir werden überflogen wir folgen euch herr einer für alle oh immer wenn die fußsoldaten mit wem wenn die mit dem gewidmeten anreifen die fußsoldaten mit wem wenn die mit dem gewidmeten anreifen reich wieder zurück nur kurz ist von mir gekeilt wir stehen zu dienst ein erträglicher verlust ja okay es war ein fehler dieses gerät brauchen wir mehr baumeister was sind noch zehn von mir gekriegt unsere lagerungsgeräte größer dieses gerät brauchen wir mehr baumeister ich kann nichts machen ja und eine aufgabe der lagerungsgeräte bemannt wie können wir helfen belagerungsgeräte bemannt und habe ich feuer erwischt für dieses gerät ich weiß schon warum ich die mauern dahin gesetzt habe schon alleine warum mich jederzeit mit der pullen angreift was soll konstruiert wer lagerungsgeräte bemannt und beide passen alle unsere berittenen bodenschützen beide gekriegt ja belagerungsgeräte bemannt nett läuft ja das war ein fehler ahnt was die leute da rein zu schicken ja was wünscht ihr vorwärts männer ich wusste nicht mehr ob der da die teste braucht oder nicht oh die waffen kann man jetzt auch holen katapult wird bewegt sei gegrüßt und los katapult bereit ja katapult bereit katapult bereit für dieses gerät brauchen wir mehr baumeister hier sind jetzt eine katapulte katapult bereit ja ich hab hier welche ach da kommt ähm schick mir deinen Schwerdkämpfer da nach rechts zu den ganzen Holzfällen gekillt die Male wir sind bereit greift an brüder ja und dann greift er mit irgendeinem Schwachpunkt in ich hoffe du siehst den gleichen Weg äh gerade nicht wer hat denn hier meine Idee nachgemacht mit Häusern davor sitzen ach Langeweile pur einer für alle die Waffenkammer ist voll was Waffenkammer voll frech gerade auch alles Schikane wir sind bereit gerade wir prevention es werden wohl verdammt vorwärts Männer wir werden überfallen schlägt deine Schwerkempfer hinter den Bogen schützt sie zurück, mach ich deine Brügel im Rohr der wird sich abbauen gleich wieder Schwerkempfer sind irgendwo dazu da, dass sie das Feuer übernimmt weil sie nicht steuern kann, wenn sie anbreiten, wenn sie sich überwühlen schlägt deine Katapulte zurück ja, ich werde schon vorwärts wir stehen zufrieden, immer bewegen wir haben Katapulte bereit, Mai Lauf Katapulte bereit, Mai Lauf woher könnte das Spiel Kursack sind? nicht jetzt Katapulte bereit Sieh mal noch in die Mauer mit deinen Katapulten Was? Sieh mal da sieh weiter die Mauer die du da ganze Zeit angreifen Jo, danke So gut wie erledigt Katapulte bereit, Mai Lauf Seid gegrüßt Ihr verlangt viel So, das mache ich jetzt alle paar Minuten mal dann passen wir Die Rekruten benötigt sei er wir sind bereit wir benötigen mehr Holz Ui, du hast ja ganz schön viel Geld, Marco Ich weiß nicht wohin damit Ist kein Witz Das Volk huldigt euch, Sire Die Waffenkammer ist voll, mein Lord Ja, ich weiß, Waffenkammer voll Stets zu Diensten Wir sind bereit Ihr verlangt viel Wir benötigen Steine Wir benötigen Steine Wir benötigen Steine Wart man und was bringt mich zu, da die Mauer fokussiert Katapult wird bewegt Wir benötigen Steine Die Waffenkammer weg So gut wie erledigt Wir benötigen Steine Hey, jetzt fährt sie die Mauer dahinter an, würde ich verarschen Ja, ich bin die Mauer dahinter an Vielen Dank.